Und weiter geht es mit einer zwergenstarken Folge von Aura Bound. Wir haben ja hier unsere ziemlich seltsame, aber funktionierende Produktion schon mal, unsere erste gestartet. Keine Sorge, irgendwann machen wir es natürlich schön ordentlich. Wir haben jetzt auf jeden Fall, was ich schon die ganze Zeit haben wollte, Pulver, Kupfer und Eisenpulver. Das heißt, wir können doch jetzt bestimmt hier Sprengstoff machen. Ja klar, wir testen das mal. Wir testen das mal ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, wie heftig das ist. Oh, warte mal. Können wir auch eigentlich so Kohle vollkommen wegsprengen? Nicht, dass das hinterher schlecht ist. Sebastian, wir hauen mal einfach mehrere hier hin. Die haben ja eh sehr viel, deswegen einfach mal zum Testen. Und dann brauchen wir... Dann können wir nämlich auch die Orks-Seiten reinlocken. Äh, besetzen. Ach, geht das nicht? Ach, mir, Eisenerz. Ja super, warte mal. Ich baue nochmal Eisenerz. Da bin ich ja sehr gut vorbereitet. Dann holen wir uns mal was. Dann holen wir uns mal ein bisschen Eisenerz. Oh, oh, oh. Ganz ruhig. So. All right. Dann geht es wieder hoch. Ähm, und dann bauen wir das Ganze. Mal gucken, wie viel Schaden die Orks bekommen. Bauen wir die direkt weg? Werden die direkt weggeballert? Das könnte sein. Und dann würde ich auf jeden Fall heute einen Aufzug bauen. Ich will unbedingt mal einen Aufzug haben. Vielleicht sollten wir den ein bisschen weiter wegsetzen. Ich weiß halt nicht, wie krass die Explosion sein wird. Ach, okay. Wir müssen verbinden. Klar. Dann kommt mal her. Alter. Okay, wir haben einen riesen Krater. Okay, die Vorkommen werden nicht beschädigt. Also, die sind schon... Die hauen schon ein dickes Loch ein, ne? Alles klar. So kann man auch Gegner ausschalten, ne? Warum nicht? So kann man es... Oh, 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 warte mal. Was haben wir denn da? Alter. Ich habe direkt den Jackpot gefunden. Ja, wir müssen jetzt leider irgendwas rauswerfen. Und, ähm... Ich muss auf jeden Fall für mehr Upgrades sorgen. Her damit. Das sieht auf jeden Fall sehr selten aus. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt anstellen. Ähm... Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal nach oben. Und schauen dann, dass wir uns oben... Äh... Was war denn? Was werfe ich raus? Ich würde sagen... Stein einfach mal. Dann schauen wir, was wir oben so anstellen können. Und uns einen... Wie einen Schacht bauen vielleicht. Oder vielleicht doch noch mal eine andere Base und dann an einem anderen Spot. Was ist denn das da hinten? Ich sollte lieber jetzt nicht zu viel hin und her laufen. Alles klar. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber wir können es wieder abbauen, ne? Äh... Warte mal. Switch. Zack. Alles klar. Kriegen wir sogar... Unser Material wieder. Ja, das war schon mal ganz witzig, ne? Das ist echt, äh... Nicht schlecht. Ist cool. Gefällt mir. Äh... Wir lassen hier erstmal alles weiter laufen. Sollte kein Problem sein. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Und dann schauen wir mal, dass wir uns irgendwie einen Aufzug bauen. Aber warte mal. Bevor wir das machen, wir holen auch mal kurz den Kram von den Schmiededudes hier einmal ab. Natürlich. Achso, der gar nix. Dig deep and hold. Wie kann ich dir helfen? Wir müssen weitergehen. Wie bin ich? Verabschiedet, mein Freund. Geht's? Geht's? Ne, das haben wir. Das wäre für... Wo, also 75.000. Wir können ja erstmal die einfachen Sachen holen. Zeug hier, wie hier so eine Zwergenbank. Die sollten wir uns wahrscheinlich auch holen. Und ein Münzlager. So viel Geld dabei. Nein. Und hier, äh, besseres Werkzeug, ja. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Wir gehen erstmal nach oben. Dann gucken wir, dass wir vielleicht die Produktion dann mit, ähm, Bändern nach oben hauen oder so. Mal schauen. Ich will jetzt erstmal ein Loch haben und einen Aufzug bauen. Ich will jetzt erstmal einen Aufzug. Und mal testen, wie das funktioniert. Wir werden ja mit der Zeit besser. Dann kriegen wir das auch alles besser hin. Bauen das alles ordentlicher und so. Warte, warum ist es auf einmal... ...zu dunkel? Okay. Jetzt ist es nie mehr Frage. Direkt hier neben der Base. Wahrscheinlich keine gute Idee. Oder wir bauen uns... Warte mal. Das wäre auch eine coole Idee. In den Berg hinein. Dann können wir uns hier eine Schneise bauen. Obwohl, da ist schon ein Loch im Berg, ne? Können sie auch direkt hier machen. Ich würde ja irgendwie gerne selber hier von der Spitze aus irgendwie. Wir schauen einfach mal. Ja, super. Direkt ein dickes Kohle vorkommen. Okay, dann machen wir mal ein bisschen, ne? Kriegen wir mal los. Machen wir es hier einfach mal so ein bisschen. Und schauen, wie sich der Spaß dann einfach entwickelt. Brauche ich eigentlich noch dahinter ein. Mal schauen, ne? Mal schauen, wie das funktioniert. Dann hauen wir den vielleicht ein bisschen weiter weg. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen zu nah dran. Okay, ist das zu groß? Jetzt haben wir die leider hier rumschweben, ne? Die müssen wir dann auf jeden Fall auch wegkriegen. Oder sollen wir direkt von da unten machen? Ich meine, da ist ja ein Loch, ne? Ich würde es gerne so unberührt haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass es komplett nur aus meiner Arbeit raus besteht. So, äh, Fackeln. Warte mal, wir setzen mal ein paar Fackeln. Können wir hier ein bisschen mit Foundations vielleicht bauen? Mal schauen. Was wird wieder hell? Hä? Ist nicht gerade erst dunkel geworden? Naja, egal. Äh, wir können ja mal ein paar Foundations setzen, also. Äh, wo haben wir die nochmal? Hier. Machen wir direkt die großen hier. Können wir hier auch ein bisschen tiefer setzen? Schauen wir mal. Können wir nicht hier noch? Ja, danke. Danke. Da geht es leider nicht. Aber das sieht doch schon mal ganz nett aus. Das gefällt mir schon mal. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier natürlich auch Platz haben. Vielleicht machen wir nochmal... Äh, die Fackel wird jetzt weggesprengt wahrscheinlich. Warte mal, wie groß ist denn der Aufzug? Okay, so groß ist der gar nicht, ne? Das wird jetzt vielleicht einfach nur hier nach unten ein bisschen buddeln. Ja, super, da haben wir jetzt natürlich der Klassiker. Ja, machen wir erstmal einen, weil die haben schon eine krasse Sprengkraft eigentlich, wie ich finde. Ja, ne ganz schön krasse Sprengkraft. Das war ja nur ein Ding, ne? So, warte mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das funktioniert mit dem Aufzug. Wir können ja erstmal was setzen. Ähm. War das gute Ding nochmal hier? Jetzt erstmal die hier bauen. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert der Spaß? Oh, da müssen wir den in die Foundation hauen? Nee, eigentlich nicht, ne? Da müssen wir jetzt austesten. Aufzug stopp, ähm, Aufzug schacht. Können wir den nicht hier direkt hier dran setzen? Ich weiß, ob es so dann funktionieren würde. Ich denke nicht, ne? Nee, warte mal. Das funktioniert definitiv nicht. Da müssten wir das Ganze so machen. Vielleicht von hier aus. Und dann einfach eine Foundation nach vorne bauen. Okay. Dann haben wir das gemacht. Dann müssten wir den hier drauf bauen vielleicht. Das ist falsch rum gebaut, ne? Obwohl, man kann ja auch sagen, so, Foundations. Oh nein, jetzt können die da nicht einsnappen, oder wie? Ja, Klassiker. Ah, doch. Okay, da geht's leider nicht. Hören wir einmal Foundations drumherum. Dann brüchen wir hier noch irgendwie... Genau. Das ist ein bisschen... Leider sehr hoch. Nein. Boah. Haben wir auch eine kleinere? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Und was ist mit hier so einer kleinen Holzleiter auch nicht? Die ist auch zu... Ja, schade. Oder wir können ja auch einfach hochspringen, ne? Warte mal. Will das funktionieren? Ist irgendwo ein Schalter? Irgendwas drücken? Ähm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was nimmt das Ding denn? Wenn ich drauf bin, dann geht der Bildschirm an. Fehlt da irgendwas? Ach ja, ich muss wahrscheinlich unten. Ich hoffe, ich komme wieder hoch. Ich hoffe, ich komme wieder hoch, Leute. Die werden es jetzt einfach versuchen. Müssen wir wahrscheinlich unten nochmal so ein Ding bauen, ne? Jetzt würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Können wir den irgendwie... Ah, rufen. Ja. Ne, der kommt aber nicht. Hm? Ähm. Ähm. Oder muss ich erst mal noch ein bisschen... Jetzt? Muss ja irgendwo angeschlossen werden. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte, vielleicht auch Dampfkraft? Das könnte sein, ne? Dann habe ich ein Problem, weil wie komme ich denn gleich hoch, ohne mir den Berg jetzt hier kaputt zu machen? Äh, warte mal. Wie machen wir hier? Ich sehe auf jeden Fall keinen Anschluss. Wie funktioniert das Ding jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Oder muss ich eine Foundation drunter hauen? Ich muss auch noch eine Foundation drunter. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Wie ist das? Eine große. Kommt der? Nee. Das heißt mal irgendwie so im Moment so aus. Rufen. Funktioniert das Ding? das ist irgendwie seltsam irgendwas warte mal steht da noch irgendwie eine info oder so was machen wir denn jetzt warum grüne lichter rotes wird mir das ist ein knopf hallo ja ich zerstöre nur klar das ist irgendwie schade ich dachte mich bei zu irgendwie einen coolen aufzug oder so komme ich jetzt hier raus wir müssen wenigstens leiter daran bauen dass ich da erstmal hoch kann das hier dran gerade habe ich es doch gesehen der anderen seite nur hier geht's auch ok wenigstens das ok so klingt eine leiter interessant aber ich verstehe das nicht das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren oder nicht ich verstehe ja ja das ok aha das heißt wir müssen den hier weghauen ich bringe einfach runter da sollte ja aha 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 okay jetzt verstehe ich dass die foundation brauchen wir eigentlich nicht ne betätigen wir das ding jetzt um nach oben zu fahren warte mal wir machen jetzt noch mal ganz kurz den hier so erstmal das weg jetzt erstmal so drauf wir bauen ja noch mal ab wir bauen ja noch mal ab dann bauen wir dann noch mal neu das geht es nicht wegen der leiter oder wie ja warum kann ich ihn jetzt nicht betätigen ach warte mal jetzt muss ich den oben bauen ne warte mal man baut von unten nach oben anscheinend aber wäre dann nicht besser wenn ich den hier weg haue dann den hier drauf haue ne ich glaube das ist ein bisschen so niedrig ne aber was mache ich da mal so ok dann sollte es jetzt funktionieren oder aufzug rufen alles klar wir haben schon mal innenaufzug das ist doch gar nicht mal schlecht jetzt hauen wir mal kurz das hier weg denn die foundations die füllen wir erstmal so aus würde ich sagen obwohl das haben wir hier gemacht ich würde sagen das passt hier vielleicht auch wir an die seite noch dann wände reinhauen oder so aber ich würde sagen wir hauen nur die felsen oder so weg alles klar wir haben schon mal in aufzug der hier funktioniert oder wie komme ich jetzt runter hä das ist jetzt hä kann ich hier nur von unten betätigen warte mal brauche ich zwei einen von links einen nach ich brauche wahrscheinlich zwei ne eins zum hochfahren eins zum runterfahren kann es sein warte mal das ist irgendwie komisch ja rufen 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 das rufen funktioniert aber wie kann ich jetzt hochfahren hä achso achso ah ok er stehe alles klar alles klar ja das musst du auch erstmal lernen Leute ne nur wo sich mir jetzt die frage stellt ich würde ja gerne hier weitermachen wegen sprengung und ich weiß nicht ob ich mir den dann irgendwie weg haue dadurch vielleicht ein bisschen weiter hier unten rein ich jetzt nur hier wieder rauskommt sonst habe ich ein problem so dann testen wir einfach mal ne testen wir mal benutzen erstmal nur ein wir haben schon echt eine krasse wucht schaden bekommen ne ne ist klar dann müssen wir den jetzt wieder abbauen aber das wäre komisch vielleicht hätte ich lieber foundations machen sollen da braucht man immer so einen weiteren aufzug wie mache ich das dann am besten obwohl ich kann ja von unten nach oben bauen dann oder warte mal jetzt habe ich irgendwie ein denkfehler switch wir haben erstmal die leiter weg die ist unnötig dann haben wir vielleicht doch hier keine foundations rein sondern so einen boden können wir doch dahin hauen ne ja alles klar das sieht doch gut aus dann haben wir hier schon mal ruhe dann können wir von hier aus weitermachen rein theoretisch und hier wenn man ihn hier so ansetzen ach so wir können auch hier dann weiter bauen okay wenn das ja so als zwischen etagen benutzen mal schauen mal schauen wie wir das machen doch wir kommen klar oder wie machen wir das jetzt am besten daneben können wir den nicht hauen ne was wenn ich das einfach so weiter baue können wir dann warte mal würde es vielleicht gehen wenn wir jetzt hier den noch mal hinhauen dass er dann eine weitere etage einfach hat das rufen funktioniert nicht gedacht das geht jetzt vielleicht weiter wisst ihr was ich meine oder ich mache irgendwas falsch das kann auch sein es müsste doch rein theoretisch müsste das auch funktionieren oder nicht ich verstehe nicht warum das nicht funktioniert aber vielleicht müssen wir die schächte erstmal hier hin das kann auch sein da tut sich nichts das ist irgendwie ein bisschen seltsam ich dachte das würde jetzt so funktionieren sonst würde ich ganz gerne hier oder wir bauen erstmal mit leitern und hauen uns immer weiter nach unten wir machen das vielleicht erstmal so und dann schauen wir weiter wir hauen uns jetzt erstmal schönen Schacht nach unten so hat auch der ist weg ok alles klar das sieht doch schon mal gut aus soweit dann haben wir aber genug holz dabei nicht dass ich am ende nicht mal hochkomme ja das sieht akzeptabel aus würde ich sagen also dann machen wir mal weiter so viel haben wir auch nicht mehr ok dann gehts erstmal nach oben für uns warte mal bevor wir das machen vielleicht würde ich doch ganz gerne was testen wir brauchen aber ein stück holz mehr glaube ich warte mal ne das würde funktionieren wir hauen den jetzt einfach nochmal da dran dann ob wir den vielleicht von oben dann doch steuern könnten ob wir die etagen dann doch verbindet es fehlt holz ähm so das sollte passen schau einfach mal gleich funktioniert das ja gleich würde das ja funktionieren leute ok ich sehe nur hier zack äh warte das rufen funktioniert hier oder äh aha doch 3 warte mal mal 2 funktioniert mal 2 funktioniert ja leute was ich sagen das funktioniert noch nicht perfekt aber es funktioniert doch dann können wir so weitermachen und uns schön immer weiter reinhauen wir sind jetzt auf 6 meter höhe das heißt wir sind noch viel 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 zu weit oben natürlich ne aber das ist ja schon mal ein guter anfang jetzt wissen wir wenigstens funktioniert aber wir müssen es merken dass es 3 ganz oben ist 3 anscheinend warum auch immer keine ahnung jetzt diese etage hier brauche ich eigentlich nicht alles klar dann werde ich noch hier dann ist wahrscheinlich ein bisschen größer bauen dann haben wir hier noch vielleicht auch irgendwie die patruhen oder so und ja mit einer treppe das haben wir jetzt leider nicht hinbekommen ich würde sagen das ist trotzdem ok wäre das natürlich ein stück tiefer wäre das besser aber gut dann machen wir das alles ein bisschen schick dann hier auch mit einer treppe und so am besten ich würde aber sagen das war es auch mit dieser folge leute wenn es euch gefallen hat wir werden und natürlich auch das kommentieren nicht vergessen ansonsten würde ich sagen sehen wir uns bis zur nächsten folge wieder